Wir haben wieder keine Gnommhoffeln, wenn ich richtig sehe. Das ist nichts noch Schlimmes. Wir haben alle unsere Ranger verloren, okay. Oh, unsere Magie geht in Level 2, das ist auch gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Schlimmste erstmal hinter uns. Okay, jetzt sind wir direkt mit dem Bagier-Gelder, das ist nicht so schön. So. Wow, wir haben den ehen gefunden. Sehr schön. Was war das da oben? Okay, wir haben ein Elfenprogramm so gekriegt. Das heißt, der nächste ist teurer. Wizardgild, ich hätte jetzt erstmal gerne den Tempel auf Agrela. Ja. Hier, die kann Pfeile erforscht. Und hier Veteranen. Und den Marktplatz weiter ausgebaut. So, bessere Waffen und Rüstung. Und den Feierblast in der Bibliothek. Da war der Krieger. Heiner. So, und ich denke mal, jetzt müssen wir da gleich wieder abwarten. Da haben wir ein Magier verloren. Nicht so schön. So, mehr Heiler. Mehr Geld aufs Market Day. Auch wenn ich jetzt alle rausgeschmissen habe, aus Versehen. Ich sollte ja immer gucken, ob jemand gerade im Marktplatz drin ist. Oder einfach einen zweiten Marktplatz bauen, den ich nicht hier in der Nähe bauen kann, sondern eher hier unten. Oder hier oben. Ich könnte hier einen bauen. Ja, komm. Übertreiben wir es mal ein bisschen. Da können wir nämlich auch gleich den Sur-Entruents hier bewachen lassen. Dark Castle. Aha. Und den letzten Heiler. Ich werde mir erstmal die Mühe machen, den Tempel auf Maximum zu bringen, dass ich bei Survection sprechen kann. Weil, bei Survection ist dann doch ziemlich nützlich eigentlich. Ah, Marketplace ist fertig. Market Day. Your Majesty, ein neues Building ist complete. Wir haben Visitors gerade sehr viele. Was bringt mir das Ding abzugraden? Tempel ist abgegradet. Ich würde mir das gleich nochmal upgraden. Blessing. Oh, noch eine Elfenlodge. Sehr schön. Also es ist nicht verkehrt genug, Elfen zu haben. Ich weiß nicht mal, ob es in Teil 1 überhaupt eine Zwergengilde gab. Oh. Oh. Refreshing. Das ist auch schön, wenn die Heiler meine Stadtwache heilt. Werden sie gegen den Minotaurus bescht. Und das war dann nicht mehr so gut. Heiler sind halt nun mal Heiler. Gerade habe ich keine Visitor in dem Marktplatz, also haue ich eine Market Day raus. Weil das wird jetzt dann gleich, wenn er einsacken gehen sollte. Er geht natürlich nicht hier einsacken. Ja, hier auch Market Day und Research. Okay, das Geld ist immer noch hier. Wir könnten theoretisch einen Haufen Geld jetzt zusammenklauen. Aber das würde uns auch einen Haufen Geld kosten. Und da wir ja eh nicht unter Zeitdruck stehen, lassen wir das Ganze sein. Robin, dein Marktplatz ist jetzt besser. Gucken wir auch einfach mal, was unsere beiden Passanten... Ja, sie sammeln einen Haufen Geld ein. Oh, das wird jetzt ordentlich abgeliefert. Jawohl. Das heißt, erst mal den Tempel ausbauen. Und den Marktplatz ausbauen. Wir könnten die auch endlich mal Teleportationsambulette erforschen. Veteranen? Ist ja auch nicht schlecht. Äh, wer ist gestorben? Das war die schnell genug. Oh Gott, Wehrwölfe. Wie viel kostet der Waste so weg? 1500. Wow. Für den habe ich gerade nicht genug Geld, aber ich klauste mir einfach mal zusammen. Ähm, wer ist geschmolzen? Der Zauberer. Holen wir ihn auch mal wieder zurück. Ich habe gerade Besucher hier. Ja, einen. Hier hätte ich gerade keine Besucher, also mag Tag. Und ich wollte das Gebäude, da hätte ich auch mal upgraden. Als nächstes wollte ich ein Tempel von Dauwars bauen. Und dann noch eine Kriegergilde. Beides hier in dem Bereich. Aber man sieht gerade, wie er... Haben sie ein bisschen mit dem Geldkriegen. Jupp. Flammschild für alle. Ich bin der Zauberer. Ich bin der Zauberer. Unsere Forschung im Büchern ist complete. Sehr gut. Ich kann jetzt helfen so viele mehr. Töger. Du bist der Zauberer. Du bist der Zauberer. Du bist der Zauberer. Das... Ach du meine Güte, wo kommt der Betrachter her? Der könnte etwas garstiger werden. Du bist der Zauberer. Schau. Du bist der Zauberer. Der Zauberer ist auf der Zauberer. Der Zauberer ist auf der Zauberer. Meine Zauberer ist auf der Zauberer. Meine Zauberer ist auf der Zauberer. Eine neu besonderes Unterkunft hat hat geimpft, zu sein, auf deinem KWeb zu sein. noch ein Elfenbungalow aber wir haben da oben ein Elfenbungalow verloren sogar ohne es zu merken oh, für das Guardhouse war es ein bisschen knapp, muss ich sagen ok ein Magier als Visitor hier und wie viele... ach, keine Visitors hier, also so, da niemand hier ist äh, great ich glaube ich zuerst den das Castle jetzt mal ab weil mehr Wachen mehr Health fürs Castle, das ist immer gut und mehr Text Collectors ja, forschen sie gerade ziemlich, na ja oh, noch ein Betrachter also ein Evil Oculus äh, Wizard nachrekrutieren und jetzt können wir uns endlich um die Tempelgeschichte kümmern Tempel auf Dauros warum ist der jetzt teurer geworden, weil unsere Schmiede getötet wurde neue Schmiede bauen erst mal Fairgrounds, was bringt die nochmal ah ja, damit kann ich Leute trainieren, theoretisch okay, der Elf hat gerade alleine äh, das Ding getötet das Oculus das ist auch sehr schön und wir haben ein Graveyard mittlerweile so, Tempel auf Dauros so, jetzt erstmal die Schmiede wieder hochpushen ne Fontäne ein extra Text Collectors das ist schon, das ist nicht schlecht da hab ich dadurch vier Text Collectors und das schlägt sich wirklich auf das Geld, was ich gerade einnehme ziemlich gut das heißt ich baue jetzt erst einmal die zweite Kriegergilde die ist ziemlich weit unten und ich grade mal die Markiergilde jetzt auf weil das erlaubt es bei den Helden die Waffen zu entharzen und ich krieg eine Zauber ja, das ist doch schon mal sehr gut jetzt mittlerweile das heißt, wir haben die Durststrecke mittlerweile hinter uns oh das ist nicht so schön ich kann die nicht so schnell anklicken ich kann die nicht so schnell anklicken ich kann die nicht so schnell anklicken da ist es einfacher, wenn ich einfach neu rekrutiere und mal das Dark Castle hier unten los werde dafür gebe ich auch eine dicke Belohnung von 1000 Goldmünzen aus so, mehr Mönche und unseren ersten Paladin doch doch ja ich kann die mit bei m Untertitelung des ZDF, 2020